Ich soll schlafen gehen, wenn er das auch eins tut. Irgendwann muss man ja immer wissen, wo man die Folge beendet hat. Guck mal, rollen wir da hin. Schon wieder 150 Geiger? Wunderbar. Dann stellt doch irgendwas her. Hm, was könnte ich denn mal springen? Ich weiß nicht. Vielleicht diese verbesserten Gedöns? Viele silberne Packaxe und Co. könnte ich hier inzwischen wieder herstellen. Wahnsinn. Du stellst davon her. Ich weiß nicht, ich nehme 60 mit. Davon nehme ich auch mal 30 mit. Ich weiß nicht wofür, aber wir tun es. Kann nicht schauen. Davon nehmen wir auch noch. Das Deck mit. Eine ganz andere Scheiße ist eh überall verteilt. Mal klar. Lest du bitte was her, irgendwas? Danke. Wenn schon meine Ööfen laufen wie nichts anderes, dann muss ich das hier auch mal lohnen. So, hier ist schon nichts drin, was ich gebrauchen könnte. Danke. Kann ich meinen Ködern? Nee, kann ich nicht. Schade. Also, wenn die mir da Zeit doch kaputt gehen. Naja. Kommt vor. Ich darf irgendwas weglegen zu wollen. Danke. Vor allem halt auf mir übrigens ins Tal legen zu wollen. Ich nehme noch ein paar Komplexe mit und dann brauchen wir polierte Steine. Da haben wir sie. Alle. Danke. Wie viel ich wirklich brauche, ist da keiner. Unten war noch eine Kiste. Ich habe Versourcenüberschutz. Ich habe einen Überschuss dabei. Was soll ich das machen? Und wenn ich mir um die Falsch gehe. Was fehlt mir nicht? Nein. Geht ein. Lauf damit. Sag mal. Vor der, vor der ich stehe. Das wäre klasse. 50. 50. Haben wir noch ein paar. Nein. Haben wir noch nicht die vier. Lose Steine nennen. Gött. Wie ist denn jetzt schon wieder viel scheiße? Würde ich mich verscheißen? Wie kann das fehlen? Würde ich ihn. Du da rüber. weg. Was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Na dann. Ich stelle Komplexe irgendwas her. Zumindest ein paar Eifer oben drauf. Ab so. Stellst du was her. Alles mehr. Dann komm. Komm. Kommt der nächste sehr klar was tun muss. Ich weiß immer noch nicht wofür ich das geschnitzte Holzbraucher. Mehr das aber wahrscheinlich bald davon, oder? Ich wollte schlafen. Ich weiß nicht was ich weiß. Keine Sorgen. Mach mal klar. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Mal die falsche. Neh mal den. Müssten wir den hier abogen? Guck. ha muss ich da ein polierter stein das wollte ich nicht arbeitspflicht zu tun ich gehe noch schnell was abholen unterwegs du sollst da hingehen und das machen ist ja fürchterlich um diese arbeitsverweigerung was machst du denn nein du wirst der weintritt super jetzt weiß ich nicht wo du hingehörst weil da unbedingt jetzt in auftauchen muss an der tür jetzt nicht mehr dann gewacht man das war eine intensive nacht aber hochziehen ich bin ich habe keine lust auf sowas so danke Hose Fleisch weg jetzt weiß ich wenn die Bude hingehörst vom Steinbruch wahrscheinlich oder so Drecksteine nee kann ich nicht das war dann dein Typ genau was hast du noch nicht für eine Flexenz keine gut genau das habe ich da ich habe voll polierte Steine wollten so einen komischen zersetzer zu schulen falls das überhaupt möglich ist in welcher Kiste irgendwo der Scheiß jetzt gelandet ist ich glaube du arbeitest mit einem Tempo das ist ja wahnsinn Stück mal wie schön danke dass du mit dem es auch nochmal gebt in die Irme Ich nehme mal ein paar polierte Steinarme mit. Kann ich dir irgendwas anderes abgeben? Guck mal, hier bahn zum Beispiel. Und weg mit uns. Backe, backe, backe Kuchen, oder wenn nicht? Ein bisschen was, was Zwiebeln herstellen, machen wir nicht. Warum auch konstant mal bei einem bleiben, um das zu stacken? Nein, lieber noch mehr Kisten voll machen. So, jetzt einmal. Haben wir hier unten noch irgendwo Platz? Bitte sagt es mir. Zersetzertisch, genau. Nein, wieso nicht? Weil der so groß ist. Ich werde blöde. Groß bist du nur 5, ja? Dies holt ihn nicht aus. Der kann ja nur da drüben. Ich kann also so oder so, egal was ich will, nur einen von denen. Also eigentlich mache ich hier Platz. Hier passt der unten hin. Oh Gott, ich hasse euch. Wir planten so ein Ding ein, das wirklich nur einmal gebaut werden kann. Ich hasse den Entwickler. Hab ich das schon mal erwähnt? Der wird doch nie fertig, der Scheiß da drüben. drüben? Drüben komme ich nicht mehr. Okay. Das ist schön zu wissen. Wenn ich mir Werkband verzorben will. Die kann ich in einen klatschen, aber das ist halt dann... Ich habe Platz für sowas. Ich halte jetzt nach oben. Das ist noch ein leichter, wie ich hab' mir geschrieben habe. Ich habe zu einem rechten Schreiber gefunden. Das ist schon mal etwas. Und ich habe damit sehr gut gemacht. Apropos wie viele Geschwindigkeitsdrecke habe, bei dem sein Tempo wahrscheinlich nicht allzu viel. Ok, das ist dann hochstacken. Na, sieh, alle musst du mir nie wegnehmen, mein Freund. Die nehme ich aber mit. Haben wir noch etwas, was wir hier bauen wollen? Archenregal oder so? Das nicht. Äh, das ist eine Plattform. Gut, wieder was. Oh Gott, ich kann nur kotzen. Na gut. Okay, es ist kein Räum. Ich muss nur mal kurz das Mist haben. Die grüne Lauge. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Ich musste mich nur auf andere Dinge konzentrieren. Als will ich schon wieder Kaffee schlucken, ich weiß ja ganz genau, was nicht wird. Ah. Ja, ich weiß auch nicht, was ihr euch darunter vorstellt für Geräusche. Wieso reden Französen immer so? Ich finde, dass du Gott sind. Blöd. Das finden ja Leute immer romantisch, die mir hier an. Du kannst mich mal ganz romantisch erschlecken, du blöde Wichser. Alles. Nicht gerade bei dir anreinen. Finde ich wohl. Die Franzosen, die die Amis spielen bei Jurassic Park vor ewigen Zeiten. Kaugummis. Das ist ja sehr amerikanisch. Alles gut, man. Kein Problem. So, haben wir hier irgendwas, was loswerden wollen? Jede Menge. Das wäre mit dem. Danke. Todeszertifikat ist mir zum Krotten. Ach, schau rein. Danke. Das war das rein. Können wir für die Küche nehmen. Danke. Können wir jetzt auch mal. Finde 70 mitnehmen. Abladern. Einiglos arbeiten lassen. Deswegen wollte ich noch so einen Tisch haben. Das ist dann weg. Manuell würde das dauern. Achso, jetzt kommen wir an dieser Läume. Aha. Keine gute Idee. Salz brauche ich für das Augekronne. Wieso habe ich das eigentlich hier rein? Leicht meistern. Den Stein werde ich hier gar nicht brauchen. Den kann ich hier nicht zersetzen. Richtigen Stein, den kann ich zersetzen. Wieso ist das hier fett drin? Egal. Dam, 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 dam. Das Fleisch nehme ich mir mit. Und du hast noch eine Weile zu tun? Ja. Du hast noch eine ganze Weile zu tun. Okay. Kann ich nicht ändern. Kommst du mal kurz hier rüber? Da konnte ich aus dem was machen. Wollte ich dafür hier irgendwas? Nee. Pappmarsch, wir gucken, oh kleiner Mann. Da mache ich auch noch was. Bücher, Kapitel. Saftkammer. Schicht nehme ich mit. Was von Bananen gehabt hat. Nach Hause. Teleputieren. Nee, noch besser. Steinbruch. Ach, wir haben ja gerade Ressourcen von allem. Sag es nicht. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Ding schon hin? Zwei Ladern. Wo haben wir auch genug, dann da? Da muss ja keiner von Fault umsetzen. Auch nicht dahin fallen. Jürgen? Nein, aber Gold. Immerhin. Besser als nichts. Noch mal Gold. Ja, ja. Und bitte genau so weiter. Gold ist jünger. Hat nicht irgendwas, was... Warte mal kurz. Brauchst Energie und hast eine höhere Chance. Also produzieren. Also produzieren. Da muss ja praktisch denken. Kappuccine ist schon halb kalt. Nach 30 Minuten. Diesmal wird die Folge dann noch eng oder sehnt. Ich meine, keine endlos lange Folge. Die dann in der Byte-Rate, seit ich hier auf Variablen gestellt habe, brauchen wir auch immer größer. Jetzt muss man Energie getragen haben. Mit Geschwindigkeitsdrank, bewegen wir uns schneller. Also muss der versuchen, das hier irgendwie mit zu verarbeiten. Jetzt ist es nicht das einfachste. Komm, klack. Hat der Kollege da was zu tun? Gott, wie gern würde ich das einfach nur machen. Wenn ihr jetzt denkt, das sieht bei Abak so leicht aus, der macht es auch nicht mit Kontrollen. Dann spielt auch mit Maus und das zu tun. Dann haben wir woanders wieder Probleme. Zum Beispiel mit dem Klack, 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 Klack. Was ist denn, will ich denn die ganze Zeit so nah am Mikrofon sitzen? Wollt ihr das wirklich? Überlegt euch das nochmal kurz. Ob ich das sympathisch klingt. Komm ich nicht mehr rum? Geh, klar. So, jetzt reicht's. Äh, Füßernwimmer oder so? Nee, gut. Gab's hier noch irgendwas? Nein. Transportstation braucht der Klack. Das ist mir egal. Platz vielleicht, ja, ne? Keine Meinung nach. Wo ist hinten noch irgendwo andere, die ich nie sehe? Ach, Gott, weg. Können wir direkt machen. Jetzt werden wir gleich erfahren, dass uns Stein fehlt. Wollen wir werden? Geh, durchdrehen. Apropos. Wo wir schon mal hier sind. Ja, ganz viel Platz im Himmeltaum. Ich kann das so jetzt wegschmeißen. Da ist es. Ich sehe es. Hinter dem Baum, ne? Den ich drinnen fällen sollte. Na, genau. Stein und einfaches Glas. Leck mich an. Wenn du das zuhörst, ich weiß. Und da hinten oben noch was. Stein und Glas. Stein und Glas. Stein und Glas. Stein und Glas. Und hier ist noch einer rechts. Stein und Glas. Stein und Glas. Stein und Glas. Stein und Glas. Ich wette das jetzt so lange wiederholen, bis es euch zu den Ohren rauskommt. Ist mir völlig egal. Das machen wir jetzt noch. Hier war noch mal einer, habe ich gesagt. Nicht blind, blöd, taub oder schlecht für allen Eilers. Hier wäre im DL 7 das Flüchtlingslager. Ich kann nicht gucken. Ich weiß nicht, was in die Bühne. So was brauchen wir eigentlich. Flitsch. Hm. Was haben wir gerade vernichtet? Das stimmt genau. So, dann wird dann irgendwann uns auch nicht mehr an Dingsdarmangeln. An Wachs und so und Honig. Ich kann mich als Tag Kuchen produzieren. Ich bringe wegen so. Wenn ich ihn verkaufen würde, irgendwann mal. Kriegen wir es jetzt? Komm her. Oder soll ich da noch hinterher rauf machen? Das ist mir egal. Bleibt da liegen. Wir kommen gleich noch mal vorbei. Beim nächsten Mal oder so. Danke. Steine, Glas, Steine, Glas, Steine, Glas, Steine, Glas, Steine, Glas, Steine, Glas. Ich habe es noch nicht vergessen. Ich habe es noch nicht vergessen. Ich habe es noch nicht vergessen. Steine, Glas. Das ist wichtig. Was wollten wir machen? Öffnen. So. Weg. Goldnuggets. Egal. Aus dem Weg. Wir räumen. Schnell. Gut, dann eben das. Wo nicht wegschaffen. Das war das falsche Glas. Definitiv. Das sowieso. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, habe ich gesagt. Nicht. Der steht auch nicht. Das ist auch nicht. Wofür haben wir das? Für die Tische, die wir nicht mehr brauchen können. Braucht mir die? Ich habe keine Ahnung. Leute. Haben wir noch ein normales Glas überhaupt noch? Irgendwo? Irgendwo sieht das aus. Ich glaube, der herrscht genau. Ganz sicher sogar. Ich bin gerade noch kein Obenfall. Das ist ja ein doofer Zufall. Das ist ja ein doofer Zufall. 0,0 Glas. 0,0 Glas. Keines. Irgendwo. Gib mir Glas. Kann ich nicht. Hier. Oh mein Gott. Gib mir irgendein Glas. Was? Ich will Fluss dann persönlich holen. Ich weiß, ich wollte die Folge wenden, aber ich glaube, die Folge jetzt ein paar Minuten länger machen. Kommst du hier noch ran. Ich weiß, hier hat Klamide sein. Egal. Wasserfall. Ah, hier hat der Wasserfall hier immer angegeben. Oh, wie gern würde ich hier einen Zombie hinstellen. Wie unglaublich gern würde ich hier einen Zombie hinstellen. Ich bin jetzt astrologisch. Nach Hause. Das kommt dann wieder nach unten, ne? Danke. Da ist schon wieder mehr Mehl. Und fort. Das kann ich wieso. Kann alles bleiben. Das noch nicht. Muss weg. Alles raus. Kein Platz. Danke. Gott. Ich brauche noch zwölf Kisten. Das gibt es gar nicht. Wollen wir ein bisschen Glas hier zu pflegen? Nein. Nur so ein bisschen. Ganz klein wenig. Ich will auch nicht viel. Ich bin da gar nicht gierig oder so. Ein bisschen. Ich bin so glücklich. Komm schon, das verdammte Glas. Gäbs mehr. Das wurde nie mehr weit. Nein, ich will nicht die Dings dort zerstören. Ich bin mir ganz sicher, dass ich das nicht will. Und jetzt kannst du Glas herstellen, bis du Spaß wirst. Dankeschön. Noch irgendwas, was wir loswerden möchten? Guck mal hier, das wollen wir auf jeden Fall loswerden. Das auch. Wir haben Glas und zwar nicht so viel, wie ich gerne hätte. Weil ich nicht wissen, wo es lagert. Nirgends. Steine und Glas und Holz und Flinsch und irgendwas haben wir alles dabei. Ich gehe schlafen. Nächste Folge. Wir sehen uns dann. Tschüss, Tabbis. Gehabt euch wohl. Gute Nacht. Bis dahin. Gseh'n heute.